Hallo! Ja, ich melde mich zurück und ich muss euch was sagen. Ja, deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch total aufgeregt. Ich war heute in der Stadt. Ich wollte eigentlich nur bei Tally Will mal gucken, wegen einer neuen Jeans, weil ich noch einen Gutschein habe und hauptsächlich auch wegen Nägel machen war ich in der Stadt. Habe ich mir gedacht, stürme ich auch mal in Budnikowski, weil ich noch ein bisschen was brauchte. Also, ey, ich, ich, ne, ich kaufe ja an sich nicht viel Kosmetikkram, ne. Ey, die haben so viel reduziert, dass ich ordentlich zugeschlagen habe und für relativ wenig Geld, also insgesamt, ich war in zwei verschiedene Budnikowski-Lady, Läden, Lady, jo. Ach, ich bin total aufgeregt und habe insgesamt, wenn man zusammenrechnet, sind es, ähm, 27 Euro. So, habe ich einen gekauft und es war eigentlich so gut wie alles reduziert. Ja, und ich habe Bock, euch das hier zu zeigen, ich bin voll aufgeregt. Ich fange an, ja, ich fange einfach mit einer Tüte an. Ich zeige alles, was ich gekaufe, alles. Ja, ein paar Klamotten sind auch dabei, aber gut, die kommen später. Ich habe gekauft, einiges kennen die, das meiste kennt ihr einmal, meine Sun Club, meinen Bronzer, den kennt ihr aus meinem einen Video, den nehme ich ja immer. Ja, die Verpackung ist neu, denn die war sonst braun, also das ältere Modell. Ja, aber meine ist ziemlich leer. Nur diesmal einen kleinen Unterschied habe ich für Brünette genommen, sonst habe ich immer für Blonde, aber, ja, ein großer Unterschied ist da nicht. Hat gekostet 3,45 Euro. Gut. Dann habe ich mir einen Lidschatten von Catrice gekauft, und zwar ist das ein Braunton, denn mein anderer Braunton von P2 ist leider leer. Das ist die Farbe 120 My Souvenir From Moon. Ey, nicht lachen, wenn ich das scheiße ausspreche, aber, ähm, naja. Der gekostet 2,79 Euro. Ich mag die ja total gerne, auch nass aufgetragen, wenn die richtig folgt. Dann habe ich mir einmal von Essence meinen Mascara gekauft, den ich auch immer nehme. Der hat gekostet 2,75 Euro. Ey, ich finde vom Preis her total klasse. Dann habe ich mir einmal von P2, ähm, einen Versiedlungslack gekauft. Ja, ich mache mir zwar die Nägel, aber irgendwie, also diesmal habe ich sie ganz schlicht, mit ein bisschen Gold dran, ne, äh, nichts Besonderes. Aber jedenfalls hat sie nicht richtig, ähm, den Lack darüber versiegelt, und nur spüre ich das ganze Glitzer. Also das heißt, wenn ich irgendwo gegenhaue, ist das ab. Dann habe ich mir gedacht, haue ich da mal selber mal einen Farblack rüber. Kann ja nicht schaden. Dann habe ich noch einmal Rexona Spray, will ich mal ausprobieren. Ich habe sonst immer von Duschdass oder irgendeins. Jedenfalls will ich das mal ausprobieren. Das hat gekostet, achso, der Lack hat gekostet 1,95 Euro. Das Spray hat gekostet 1,95 Euro. Ja, und dann meine BB-Abschminktücher, die für 2,29 Euro oder so. 2,25 Euro. Die nehme ich auch immer, die habe ich noch gekauft. So, das war ja noch nicht so viel. Naja, wenn man es mal zusammenrechnet, waren das auch schon 15 Euro. Meine zweite Tüte und das ist auch das ganze Reduzierte. Also ich hätte, wenn ich mich nicht gestoppt hätte, hätte ich noch viel, viel mehr gekauft. Aber irgendwann muss man auch mal sagen, Schluss. Aus der Grabbelbox. Ein Lidschatten von Catrice. Und zwar ist das ja so Silber-Silber-Grau so. Mit Glitzerleicht abgesetzt. Von Catrice. Das ist die Farbe 150 Metallisches. Ey, ich... Naja. Der war im Angebot für 1,95. Steht auch noch drauf. Ja, den fand ich auch ganz gut. Und für das Geld, mein Gott. Dann habe ich gekauft, das ist aus der neuen LE Look at Me von P2. Wollte ich mal ausprobieren. Das ist ein Augenbrauen-Styling-Gel. Mit so einer Bürste dran. Und ich will mal ausprobieren, ob das auch ordentlich geht. Weil dann wäre ja ganz cool, ne? Weil ich mir die ja eh immer anmale. Weil ich sonst kaum welche habe. Wie ihr seht, aber auch relativ... Naja gut, es ist schon teilweise auch Natur dabei, ne? Da gibt es noch... Habe ich da nicht noch was? Tja, das... Das war, glaube ich... Hier habe ich noch ein... Achso. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Ähm... Der hat gekostet 2,45. Und das war, glaube ich... War das beides aus derselben LE? Weiß ich nicht. Superstay? Ich glaube, das war eine LE. Das ist, äh... Lidschattencreme. Und die Farbe, die ist so... Beige, ähm... Champagnerfarben. Oh, fand ich total toll. Ja, riechen tut es nach nisch. Das ist die Farbe 010 Sandy Beach. Total geil. Also ich habe von... Von... Catrice auch so ein... Aus der neuen LE auch ein so ein... Creme-Zeug hier. Und auch richtig geil. Der hat gekostet... Kostet... Ähm... Habe ich den umsonst? Ne, da. 2,75 umsonst. Heute ist ja auch noch was umsonst. Jedenfalls die zwei Teile. Dann habe ich von Alverde... War auch in so einer... Ähm... Grabbelbox. Ein Lipgloss. Das ist... Ähm... Mann. Ja, hier steht nichts. Keine Ahnung. Die hatten wohl keinen Bock dazu beschriften. Das ist so ein rosaton. Äh, äh... Mit dem Hinhalten habe ich es noch nicht. Ja. Sieht man das? Naja, wenn nicht... Oh, der... Oh, der schmeckt gut. Oh, der ist lecker. Der hat gekostet... Ähm... 99 Cent. Vorher hat der, glaube ich, bei... 3 noch was gekostet. Äh, ich meine... So eine ähnliche Farbe habe ich schon. Aber ist ja egal, ne? Von 99 Cent. Und Lipgloss benutzt man eh immer. Dann habe ich noch ein Lipgloss von M&Y. Und zwar ist das ein Braunton. Der hat gekostet... 50 Cent. Auch aus der Grabbelbox. M&Y Lipglosse sind eh immer geil. Ja, habe ich mir gedacht, braun. Braun habe ich wirklich noch nicht. Ein Lipgloss. Oh, der schmeckt echt geil. Dann habe ich mir von Alverde noch ein Lidschatten gekauft. Und zwar ist das Lidschattenpulver. Das ist die Farbe Dark Mokka. Für 99 Cent. Ja, ich habe mir gedacht, ich probiere das einfach mal aus. Hier sind dann so... Äh... Drei Löcherchen, wo du das dann rausschüttelst. Naja, hier wirst du schon. Mein Deutsch ist immer wieder nicht das Beste. Jedenfalls... Ich stehe ja total auf braun. Ich schmiege mich ja fast immer braun irgendwie. Ja, ich trage ja auch viel mit schwarz, braun und so. Habe ich mir gedacht, das probiere ich auch mal aus für 99 Cent. Leider weiß ich nicht, wie teuer das vorher war. Habe ich nicht wirklich drauf geachtet. Und dann habe ich von P2... aus der Sun City auch ein loses Lidschatten-Ding gefunden. Das hat aber glaube ich ganz... Das war aber zum Normalpreis, glaube ich. Ähm... 2,95 Euro, ja. War Normalpreis. Ich fand die Farbe... Guck mal hier, sieht man die da drinne. Das ist so ein... Ja, rot... Rot-Pink, so. Weiß ich nicht. Ich fand die Farbe einfach total geil. Habe ich schon mitgenommen. Schminkt mich zwar selten farbig, aber... Pfff... Da, ja, scheiße, die sieht man nicht so richtig. Jedenfalls ist das so ein krasses Rot-Metallic, so. Rot-Metallic, ja. Fand ich ganz geil. Würde ich mal ausprobieren. Was Neues kann ja auch nicht schaden. Nee, warte mal, der ist falsch rum. Was Neues ist immer mal geil. Ja, der war vom Normalpreis 2,75 Euro. So, das waren jetzt... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf Kosmetikartikel. Bin ich eigentlich zu schnell? Wenn ich euch zu schnell bin, sagt mal was. Äh, witzig. Dann war ich noch bei Verumoda drin. Ich habe nämlich was gesucht in einem Alt-Rosé-Ton, weil ich hatte mir letztens ein neues Tuch gekauft. Äh, soll ich euch das mal sagen? Wartet, wartet, bleibt dran. Ah, ich bin schon da. Ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Und zwar ist das diese... Dieses... Ja, ist schon bald wie so ein Schal. Ähm, da ist Alt-Rosé drinne mit Grau-Weiß. Ja, wie ihr seht, geblühen. Ey, der ist so toll. Der ist so toll. Ich liebe diesen Tuch, äh, dieses Tuch. Und fragen mich auch voll viele nach, woher ich den hab und so. Den trage ich immer meistens so. Ja, und dazu wollte ich was in Alt-Rosé haben. Hab ich ein Shirt von Only mir letztens gekauft, was leider eingelaufen ist. Und ich hab's nur bei 40 Grad gewaschen, so wie's auch da drinne stand. Sieht jedenfalls auf der Leine sehr, sehr kurz aus. Ich seh grad, mein Leggings ist runtergefallen. Egal. Jedenfalls war ich bei Verumoda und hab ein ganz normales Lang-Shirt, also Basic mit Langarmen mir gekauft. Ist Alt-Rosé. Ja, das sieht man hier vielleicht nicht richtig. Ist auch ein bisschen länger, wenn man das anhast. Und finde ich hierzu, zu so einem Tuch, total schön. Als immer nur schwarz oder so. Darunter trage ich ein graues Longtop, was noch ein bisschen unten rausguckt. Mit einem grauen Gürtel oder so. Fand ich richtig schön. Kann ich euch ja mal zeigen, wenn ich's anhabe. Mach ich ein Outfit auf CD. Mal sehen. Nee, morgen. Nee, auf Arbeit ist mir das zu warm. Der Pulli hat gekostet 14,95. Gibt's auch in weiß, gelb, schwarz, rosé. Ich glaube, Türkis lag da noch. Türkis oder so. Keine Ahnung. Den hab ich mir mitgenommen. Dann. Ich lass das jetzt mal um, ne? War ich bei Madonna, wo ich allerdings keine Klamotten gefunden habe. Aber zwei Accessoires. Und zwar einmal diese Kette. Ähm. So ist die. Da sind so verschiedene Pferlen dran mit Band. Äh. Die sind weiß, rosa und braun. Wollte ich haben. Nämlich zu meinem neuen Gürtel. Und der sieht aus. So. Der ist, wie man sieht, das ist kein rosa, das ist beige. So ein helles, ja, Champagnerfarben auch. So fand ich richtig schön. Nur allerdings, ich hatte ihn ja da um. Der war auch echt gut. Na gut, ich hatte vorhin auch einen Rock unter. Äh. Nur mal kleiner wäre irgendwie doch geil. Aber wiederum halte ich da auch nur nur mal kleiner um. Und der war viel zu eng. Aber der ist mir jetzt zu Hause irgendwie ein bisschen zu groß. Obwohl, wie gesagt, wenn man Hose anhat oder so durch das Bund, drückt der auch immer noch ein bisschen was raus. Ja, der hat gekostet 7,99 und dazu fand ich die Kette so schön, weil es genau die gleichen Farben sind. Und wenn man jetzt den Gürtel so mit schwarz umhat und die Kette, fand ich richtig schön. Die Kette hat allerdings gekostet 8,99, fand ich schon ein bisschen fett. Ach, naja, mein Gott. Man arbeitet ja auch nie umsonst. So. Warte. Ja, meine Leggings, ja, zu Hause sieht man ja auch nicht schön aus, so, ne? Und dann so, fand ich beides zusammen. Ja, sieht man das überhaupt? So, beides zusammen, fand ich das total schön, weil es eben die gleichen Farben sind. Wollt euch das dann mal kurz andeuten. Also, Ruhe, Ruhe da hinten. Äh, ich muss ein Tuch umbinden, sonst fühle ich mich nackig. Komm, bin ich heute wieder verplant. Bin ich heute wieder verplant. Ja, ich sollte mal lieber nicht so in die Kamera gucken, dann wird das nämlich auch wieder alt schief. Ähm, ja, egal jetzt. Dann war ich noch, ja, ja, es ist mir nicht peinlich, aber es war schon ein komisches Gefühl, war ich im Kick. Kick, aber auch nur, weil ich im Werbungsblatt, ähm, Basics gesehen habe, mit langen Armen, nee, mit drei Viertel, drei Viertel Armen haben die, für 6,99 gesehen habe. Die gab es in Braun, Schwarz und Weiß. Und ich wollte unbedingt ein braunes und ein schwarzes haben, habe ich natürlich auch noch gefunden. Und zwar sind die so, die sind auch länger, ne? Kann man mit Leggings antragen, die haben hier so eine Knopfleiste runter. Mit halt drei Viertel Armen. Ja, und sind halt ein bisschen länger und unten haben die so ein ganz kleines Bund. Aber ja, erst habe ich gedacht, hm, ob die schlappern und so, aber die sind richtig aus, richtig geilem Stoff, aus Stretch. Und für 6,99, ich meine, hallo, liebe Säle, wenn er denn beim Waschen einläuft oder was weiß ich, ist mir das auch egal. Dann habe ich den noch in so einem braunen Karamellton genommen. Sieht genauso aus wie der Schwarz, so auch so mit Bund. Ja, habe ich mir gedacht, für den Preis ist das schon okay. Ja, das war es auch mit meiner Shopping-Tour heute. Ja, klar habe ich in letzter Zeit auch ein bisschen was gekauft, aber das habe ich jetzt nicht alles rausgesucht, weil ich glaube, dann würde mein Video ewig gehen, obwohl ich ja recht schnell bin, ne? Ja, ähm, das war es, was ich eingekauft habe. Äh, ja. Sonst, heute habe ich nix mehr vor. Ja, erst wollte ich noch zum Friseur gehen, aber ach, mein Gott, auch mich hat eine Mücke gestochen. Noch geht der Ansatz, ja, ist er noch.